MEISTER DETEKTIV PIKACHU Gespielt von Pikachu Ja, klar Gewonnen! Okay, der hat gereicht, weil der war nämlich der Meisterdetektiv Luigi-Mütze Let's go! Mit Twindle Aus der Arms-Reihe Ja, schon wieder die Steig der kann manchmal auch nervig sein voll schlimm mal kurz was trinken trink trink sie auch übrigens ist hier noch nie sie wie Wind im Mini sogar das ist Sonic Reihe INFINIT-TI-TI Ich hab Schutz gegen Bildschirm Kopfstand, hab ich übrigens voll vergessen Wohin? Hätte man den ja auch einsetzen können, glaube ich Tja, tja Das heißt, hier konnte ich jetzt gar nicht mal auf dem Kopf stehen Tja Pauleine Das ist ein Wohin Fertig Wohin 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 Ja, ich hab verkackt Gehabt nur Stimmt, die Geister, die Zapgeister haben ja dann auch den entsprechenden Typen, ne? Das die kann man nicht überall einsetzen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Warum springe ich denn da runter? Warum mache ich es nicht wieder wie vorhin? Dann gehe ich dann einfach nach oben, schildere meine Base, gucke wo die anderen sind, muss dann nach und nach die töten, Peach als letztes, Ende. Aber eigentlich müsste ich, glaube ich, Peach sogar als erstes töten. Okay. Niederlage fortsetzen! Na, aber später. Ich werde dir heute eh nicht alles schaffen, ne? Ist ja klar. Niederlage fortsetzen! Niederlage fortsetzen! Das war's für heute. Boah, übertreibt's aber heute auch ein bisschen, ne? Ich will hier auch noch mal was schaffen. Hm. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Geht doch. Nein. Ach, schon wieder Sturmbahnung, ja? Ach, schon wieder. Give on in. Let's go! Riesen-Wi-Fit-Trainer. Und zwei? Meta Knight. Lull. Der hat überhaupt gar nichts gemacht. Dann war's natürlich einfach, ihn zu besiegen. Dann war's für heute. Moon gegen Schlaf ist immer gut. Macht natürlich dieses ganze Feld dann so ein bisschen obsolet, wenn man eigentlich hier unten schlafen soll, aber wenn man halt im Mund dagegen ist, dann passiert's nun mal, dass man nicht schläft. der Hammer ist gefährlich. Der Hammer ist gefährlich. Flick. Flick, man. Flick, man. Flick, man. Flick. 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 tschüss luigi oder leg man schon wie ein dojo mit vergessen und alles vergessen wauw Der-der-der-der-deder-der-der-der-der-der... Obst erhöht die Ausdauer. Obst ist gut! Obst hat Vitamine... Bereit? Los! Gevangen! Bums! Tidaa! Blumenhut! Okay, hier ist nur noch Müll! Ich renne einfach durch die ganze Welt nur. Bereit? Los! Hier ist nur noch Müll! Benommen! Wäre auch richtig. Manchmal ist man etwas benommen. Wie fit Trainerin. Let's go. Yes. Verkackt. Ich arme gar nichts nach. Die Wifit Trainerin kämpft nun mit. Die kämpft nun mit. Jif. Ich heiße Jif. Die Wifit Trainerin kämpft nun mit. 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 So schnell kann ich gar nicht gucken. Miss. Null. Wo komme ich jetzt wieder raus? Hier geht's gar nicht weiter. Blöd. Blöd. Untertitelung des ZDF, 2020 Zernias In Form von Mucario GG Zernias 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 5.000 geisterpunkte 8.000 geist andere code was ist denn ein anderes code für ein spiel eine spielreihe oder spiel wie auch immer der gegner ist unsichtbar Können die doch sehen Achso Da ist ein Bewohner unsichtbar Alles klar Das ist ein Bewohner Das ist ein Bewohner Irgendwo war der Gegner da Bisschen unfair So ein bisschen So ein klitzekleines Bisschen unfair Aber ich hab den Gegner nicht gesehen Da kann ja keiner sagen, dass es fair ist So, jetzt gehen wir nochmal kurz ins Menü Um den Wissensbaum Zu steigern Verwandlungsdauer Geh nochmal nach vorne Oder geh durch Verlängert die Dauer von Transformationen Etwa durch Den Super Pils Alles klar Hätte man ja auch etwas Besser darstellen können So, jetzt gucken wir nochmal die ganze Karte Guck mal, da hinten ist noch ein bisschen was Und da oben ist noch ein bisschen was Dann so zwischendurch ja noch ein paar Gegner und Gänge, wo wir nicht weiterkommen Aber sonst Ich glaub nach außen hin Wird da nicht mehr viel Freigeschalten Da wird ja dann irgendwann auch An der Grenze sein Da unten könnte vielleicht noch was sein Weil da unten ja dieses Rohr Und dieses Schild noch ist Aber Ja, genau Sieht eigentlich ganz gut aus Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal Dann auch wieder dabei Nächste Woche gibt's dann erstmal wieder Pokémon Ich hab's jetzt wieder für Freitag Mal gucken Ja, ich will jetzt gar nicht irgendeine Zeit sagen Guckt einfach Am besten In den Streamplan Auf berline.tv.de Kann natürlich immer mal sein Dass sich das wieder ändert Der Stream hier war ja auch Erst für nachmittags geplant Und nicht für Mitternacht Aber es ging einfach nicht mehr anders Erstens Persönliche Planung Und Andere Planung Naja, egal Bis dahin Und Ciao, ciao Hoho Hoho Hoho